So, herzlich willkommen. Wir sind zurück bei Escarim. Und, ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal bei dem Mord weiter. Das interessiert mich jetzt. Ähm, wir müssen zum Vogt gehen. Vogt ist das. Da bist du. Tschöno. Okay. Ja, ähm, bisher hat er ja nur Frauen erwischt. Insofern sehe ich, dass Harald... Ein geschichtsträchtiger Ort... ...der Tradition hat mit in Stein gehauen. Ähm... Balgru Huf gibt uns keine klare Antwort. Er ist ein echter Nord. Er würde sich schon noch überlegen. Seid euch da nicht so sicher. Wir haben Kuriere aus Einsamkeit abgefangen. Das Kaiserreich setzt Weißlauf stark unter Druck. Und was soll ich eurer Meinung nach tun? Wenn er nicht für uns ist, ist er gegen uns. Das weiß er. Sie alle wissen es. Wie lange werdet ihr warten? Ihr meint, ich müsste Balgru Huf eine deutlichere Botschaft schicken. Nicht gut. Wen auch immer wir an ihre Stelle setzen, wird die Unterstützung unserer Armeen benötigen. Wir sind bereit, wenn ihr es seid. Alles hängt von Weißlauf ab. Wenn wir die Stadt ohne Blutvergießen einnehmen können, umso besser. Aber wenn nicht... Das Volk steht hinter euch. Ich befürchte, dass viele noch nicht überzeugt sind. Ich habe mein ganzes Leben lang Talos bedient. Ich habe nicht vor, jetzt damit aufzuhören. Egal, was das Kaiserreich zu sagen hat. Talos hat das Kaiserreich gegründet. Man würde meinen, sie sollten ihm mehr Respekt zollen. Oh, die wippen mit den Köpfen im gleichen Abstand. Ja, ihr seid ganz schön dunkle Typen. Dunkle Seelen. Ja, your life. Ich bin kein großer Stratege, aber Fürst Ulfric hört sich trotzdem an, was ich zu sagen habe. Wenn ihr Nachrichten von den westlichen Fürstentümern habt, dann geht damit sofort zu Ulfric. Jo, ich habe von dem Morgen gehört. Es sind wahrhaft schwere Zeiten, wenn Menschen ihre Brüder wie Tiere jagen. Meine Männer sind ohnehin schon überlastet. Wenn ihr eure Hilfe anbietet, nehme ich sie gerne an. Die Wachen werden den Befehl erhalten, euch gegebenenfalls zur Seite zu stehen. Ich werde euch ebenfalls nach Kräften unterstützen. Okay. Get Assistance abgeschlossen. Ex-Avon Crime City, okay. Ich habe nebenbei den hier zugehört. Wenn ich nicht wäre, was dann? Raus damit. Ich würde eher sterben, als das Schicksal der Menschen von Elfen diktieren zu lassen. Sind wir uns da nicht einig? Das ist auch wieder wahr. Ich kämpfe für die Männer, die ich in meinen Armen hielt, während sie auf Fremde... Wir haben das schon mal gehört, deswegen können wir, glaube ich, hier abhauen. Ich kämpfe für Frauen und Kinder, deren Namen sie mit ihren letzten Atemzügen flüsterten. Ich kämpfe für uns wenige, die nach Hause zurückkamen, nur um unser Land voller Fremder mit vertrauten Gesichtern vorzufinden. Ich kämpfe für meine Leute in Armut lebend, um die Schulden des Kaiserreichs zu zahlen, das zu schwach ist, sie zu regieren. Aber sie als Verletz... Also, ähm, ja, die Nord, das ist halt schon so eine Geschichte, ne? Die sind jetzt Freiheitskämpfer auf der einen Seite, aber auch Nordrücker auf der anderen. Das ist natürlich schon auch... Könnt ihr eine Münze entbehren? Talos belohnt die... Ich hoffe, der Wind lebt sich vor heute. Da führen wir wohl nichts Gutes im Schilde, nicht wahr? Na ja, man kann ja auch mal für gute Sachen ein bisschen in die Tasche gucken. Aber es wird euch etwas kosten. Jo, mal gucken, aber wir sind schon durch, ne? Ja, wir sind durch. Okay, na ja, gut, dann hier, komm, hast du ein Goldstückchen fertig. Nachdem wir dir mehrmals 300er gegeben haben. So, alles klar. Wie gesagt, auch die barmherzige Seele hat da keinen Spaß, glaube ich. So, also wenn sie wirklich eine barmherzige Seele ist. So, äh, hier waren wir und wir können hier gerade gucken. Wir stehlen Blumen von... Was sind denn wir wieder für ein... Also ich war das nicht. Vor allen Dingen gibt es hier... Wo ist denn jetzt die Leiche hin? Ich lüge nicht. Ich habe das Heulen der Wehrwölfe selbst gehört. Die Legenden sind wahr. Ja, jetzt warte mal. Erstmal hier, komm. Leichte Rüstungen ermöglichen leichtfüßige Bewegung. Oh. Kluger Ansatz. Ja, jetzt hier, komm, äh, hier. Ich habe jetzt Erlaubnis hier zu untersuchen. Er ist aufgefallen, dass eine Blutspur von ihr fortführt. Okay. Helgird hat die Leiche in die Halle der Toten gebracht, um sie zur Umstattung vorzubereiten. Da kommt die Blutspur her. Sie ist etwas verrückt, aber wenn sie von etwas eine Ahnung hat, dann sind es Leichen. Alles klar. Supi. Helgird. Helgird. Alles klar, verstehe. Ja, also, ähm, ja, wir müssen eigentlich nur der Blutspur folgen. Wir, weißt du was, diese Blume bleibt stehen. Wir nehmen nicht noch irgendwas mit von den, von den Toten hier. Gut, also ab in die Halle der Toten. Das wird doch richtig gemütlich werden hier. Habe ich auch gestartet. Ja, ich habe gestartet. Mikro läuft, Mikro ist unten. Super. Alles schön. Ähm, und so heimelig. Kuschelig geradezu. Jetzt gehen wir nochmal ganz vorsichtig. Also, wir müssen nicht schleichen. Wir müssen nicht schleichen, aber... Wir müssen gerade mal so ein bisschen rumgucken. Klauen müssen wir nichts. Oh, die schläft auch hier. Oh ja, das... Also, da muss ich sagen... Hätte ich jetzt ein bisschen Abstand dazu. Ähm... Das kann man machen. Ja, aber auch nicht. So, sowas kann man machen. Muss man aber nicht. Da ist sie wahrscheinlich. Ne, wir gucken bloß mal ganz kurz rum hier. Also, da ist klar. Oh, wow. Hier geht es ja echt ab. Ja, komm, ich glaube, wir haben doch genug gesehen. Hallo, du, die hat wüsste ich. Es ist nicht riesig, aber... Ja... Ein kleines Schiffchen nebenbei hier und dann... Okay, verstehe. So. Die ist leer? Was? Ja, na gut, das muss ich ja alles irgendwie finanzieren. Ach gut, dann fragen wir sie mal. Hast du eben gerade schon gesagt. Was hast du denn sonst noch Sonderbares gefunden? Wow, das ist... Da braucht man Expertise, um das festzustellen bei den Schritten. Ja. Ich glaube... Echt so. Verzeiht, ich habe nur einen kleinen Spaß gemacht. Und die Leiche? Ja, schon gut. Was habt ihr gefunden? Schon gut, was habt ihr gefunden? Und die Leiche? Was ist... Also, wir haben ja gelacht eigentlich. Und die Leiche? Ich verstehe den Unterschied zwischen beiden Fragen nicht, aber schon gut. Nicht wirklich. Das einzig Ungewöhnliche ist die Form der Schnitte. Sie sehen aus, als stammten sie von... Nun, die alten Nord haben solche geschwungenen Klingen beim Einbalsamieren ihrer Toten verwendet. Ich weiß nicht, wer in Windhelm so etwas überhaupt haben könnte. Außer mir natürlich. Falls ihr so... Hattet ihr damit irgendetwas zu tun? Ich frage mal. Ich bin zu beschäftigt damit, mich um die Toten zu kümmern. Um meine Zeit damit zu verbringen, noch mehr zu produzieren. Und ich würde euch wohl kaum von den Schnitten erzählen, wenn ich sie selbst gemacht hätte, nicht wahr? Ja, man kann sich das immer fragen. Nicht zu der Leiche zurückkehren. War ein Witz. Es ist viel Arbeit, sie für das Grab vorzubereiten. Oh mein Gott. Die versteht überhaupt gar keinen Witz. Selber Witze reißen. Bescheuerte Witze. Aber mir keine... Großer, diagonaler Schnitt von der linken Scheibe. Alles klar, okay. Naja, die hat einen eigenen Humor einfach entwickelt, würde ich sagen. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, was ich aktiviere, wenn ich... Ähm... Wenn ich diesen Schrein hier aktiviere. Aber es... Großer, diagonaler Schnitt von der linken Scheibe. Alles klar. Ähm... Ich wollte auch witzig sein. Ich wusste jetzt... Ah, ein bisschen. Ist doch egal. Ist doch egal. So... Ähm... Wer hat denn so einen... Also ehrlich gesagt, mich lässt das nicht ganz los. Ähm... Wir können noch mal kurz hier zu dem. Was gibt's denn? Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Gut. Also, normalerweise ist das engere Umfeld von... Wir haben ja nur schon ein paar Mal Shiloh Koms gespielt und so weiter und so fort. Da muss man halt erst mal das engere Umfeld ein bisschen genauer anschauen. Und das ist ja jetzt erst mal dieses Kapüffchen hier, ne? Also insofern... Kommt da rein. Ich habe gerade das Feuer neu angefacht. Wir sind ja jetzt... Setzt euch und werdet euch auf. Wir haben ja jetzt einen anderen Status, deswegen könnte man da natürlich... Es ist schön, euch wiederzusehen, Freund. Rolf Steinforst. Jede Nacht gehe ich in den grauen Bezirk. Und lasse diese Grauhäute wissen, was ich von ihnen denke. Und wir heiten einen dog aus. Wir können's nochmal... So, wir sollen mal fragen. Das sind Parasiten. Sie leben in unserer Stadt, unter unserem Schutz. Aber was tun sie für uns? Nichts. Ich weiß, dass der Großkönig sie hergeholt hat. Aber ohne mich oder jemand anderen vorher zu fragen, vielleicht hätte er das tun sollen. Wenn ihr einen Söldner sucht, habt ihr ihn gefunden. Aber... Wir sollten ein großes Loch graben. Alle Dunkelelfen und Argonia hineinwerfen und sie sich in Stücke reißen lassen. Okay. Das einzige, was ich noch mehr hasse als diese Schuppenbuckel, diese widerlichen Grauhäute. Das würde mich nicht überraschen. Sie haben zum Kampf um die Freiheit von Himmelsrand nichts beigetragen. Also der war's nicht. Den würde ich jetzt mal ausschließen. Ein Krieger, der tötet keine Frau. Eine Frau tötet eine Frau. Das ist natürlich möglich. Aber warum sollte die Chefin... Wenn ihr Lust auf einen kleinen Bissen habt, hätte ich frischgebackenes Brot und guten Käse anzubieten. Ja, Ironsworth. Okay. Wir brauchen hier eine Pickaxe. Diese Dunkel-Elfen-Flüchtlinge werden noch die Stadt übernehmen, wenn wir nicht aufpassen. Also wir kurz zurückgehen. Das wäre echt nett. Kannst du? Sie kann nicht, ne? Kannst du? Ach, danke. Du bist nett. So. Mal gucken. Ob welche noch... Hier hat sie geschlafen. Und dahinten ist er... Nein, ist er nicht mehr. Ach, die ist leer. Ihn hatte ich ja auch schon unter Verdacht. Ein Bügeleisen. Okay. Hat der... Wer hat denn hier über Krummschwerter geredet? Alter, ich habe keine Konzentration mehr. Also der Koch hat nur über seine Holzschreiter gesprochen, das weiß ich noch. Der Krieger hat nur über Kriegszeugs, Kriegersachen gesprochen. Mal gucken, ob wir den jetzt hier noch finden. Upsi. Man kann nicht nur die dicken Stäbfe ins Feuer werfen. Ja, geht nicht. Wenn ich Holzhacke, stelle ich mir immer vor, dass ich den Kopf eines kaiserlichen Soldaten vor mir auf dem Hackklox lief. Naja, stell dir lieber was anderes vor, wenn du zum Beispiel... Es war mir eine Freude, Frau Pion. Ich koche gern. Und nach all dem, was ihr und Tova durchgemacht habt, war das doch das Mindeste, was ich tun konnte. Meine kleine Friege hat so gern gekocht. Aber sie hatte überhaupt kein Talent. Und dann hat sie plötzlich eines Tages eine unglaubliche... Kommt und seht euch mein Angebot an. Alles frisch und frisch. Sie hat uns beim Essen zugesehen. Und als sie sah, wie gut es uns geschmeckt hat, war sie... So stolz. Okay. Okay. Oh. 200 Weapons. Okay. Das Geheimnis liegt im Schwung. Schaut her. Ja, dann. Haben wir den schon? Okay. Ähm, ja. Moment. Vergibt mir bitte. Speech skill ein bisschen hoch. Trübe Stimmung. Vielleicht ist das Betrachten einer guten Kneipenschlägerei genau das Richtige, um eine Stimmung zu heben. Jo, aber jetzt müssen wir erstmal kurz noch das erklären. Diese Stiefel sind die Septime nicht wert, die ich ihnen bezahle. Bezahle denen doch nicht den Lohn von guten Nordarbeitern. Ja, du bist auf der einen Seite traurig, weil du was verloren hast. Äh. Vergiss, ich gefragt habe. Okay. Äh, ja. Überreden hier. Aber zu Kriegszeiten ist Werkzeug immer mangelbar. Je mehr das wird, ja, werden sich anstrengen, ist ja eigentlich auch richtig. Und vor allen Dingen, ja, hm, wenn ich in ihre Zukunft investiere. Okay. Wir überreden mal. Ähm. Aber es ist halt wirklich wieder dieses Doppelte, ne. Die Nord, das ist, die machen einen Befreiungskampf und sind selber, und zwar alle hier, eigentlich nur auf die Nord ausgerichtet. Das stößt einem schon auf, ehrlich gesagt. So, jetzt hier, anstrengend, überreden. Große Worte, aber wahre Worte. Gut, ihr gewinnt. Ich werde den Argonian mehr Gold bezeichnen. Alles klar. Ja, ich gebe alles. Ja, Bier oder Mähd? Ja, komm, Ale. Nordmeed. Wie viele 25, na. hat er das jetzt gegeben ja das hat er genommen ok betrachtet nichts im leben als selbstverständlich ne, schlecht ok taust ein grausam mehr und du bist hier seine Frau oder was hier wie dort hier fällt es richtig selber an alles was ihr seht stammt vom Frostdiestelhof meiner Familie ach du seid von drüben von dem anderen ich habe auch einen kleinen Kräutergarten der Hofzauberer Wunpferd bezahlt uns dafür Tollkirschen anzubauen hm, wer weiß wozu er sie einsetzt Tollkirschen? könntet ihr Wunpferd diese Flasche Tollkirschen-Extrakt bringen? er hält sich tagsüber meist in Schloss Elend auf so danke was, The Unliving? oh wow ja, bestimmt schwierig, oder? Ackerbotsen beträgt man nur ein Nord den Boden in Himmelsrand bewirtschaften oh Gott ich glaube niemand sonst hätte die Geduld dazu es dauert einen halben Tag eine Pflanzenreihe in der kalten steinigen Erde zu graben aber was sollten wir sonst machen? Steine und Eis essen? alles köstlich und erschienklich alles klar, aber was hast du denn zu verkaufen? das, was ihr hier seht ja, ne danke tschüss ja, äh, für euch auch mir gehört der Frost-Diestelhof außerhalb der Stadt ehrliche Arbeit alles klar kommt zu mir, wenn ihr irgendetwas braucht ja ich respektiere Ambaris Render ja sehr aber seine Ansichten sind etwas extrem alles klar wo immer ich sie auftreiben kann wenn ihr zu denen gehört, die unbedingt den Ursprungsort kennen müssen geht ihr besser weiter da wäre ich wahrscheinlich nicht nicht gut kein guter Käufer ja, ähm you live in the grey quota im grauen Quartier ich bin Dunkel Elf und lebe in Windhelm also ja, ich lebe im grauen Bezirk ihr müsst hier neu sein sonst wüsstet ihr, dass man meinem Volk niemals erlauben würde außerhalb dieses Elendsviertels zu leben oh Gott oh, ist klar statt Zadris Gebrauchtwaren im grauen Bezirk unbedingt einen Besuch ab okay dann gehen wir nun, sagen wir einfach ich kenne ein paar Leute, die sehr gut darin sind anderen beim Verschwinden zu helfen wenn es sein muss sie sind diskret und gründlich wenn auch nicht bin ich hoffe, ihr denkt daran, wenn es zum Schlimmsten kommt wir akzeptieren die Risiken, die unser Glauben mit sich bringt aber ich werde euer Angebot nicht vergessen danke Nirani okay haben wir nicht alles mitbekommen kennt ihr Talus? er hat das Kaiserreich gegründet ja äh, hier, erzähl mal was Talus, zu Lebzeiten bekannt als Tiber Septim vereinte Tamriel und gründete das Kaiserreich jo er wurde für seine Taten belohnt indem er sich als einziger Mensch den göttlichen in immerwährender Herrlichkeit anschloss wir verehren ihn und wollen seinem Weg folgen wir können uns ihm zwar nicht im Himmel anschließen aber wir können alles versuchen um ihn hier auf Nirn zu erkennen alles klar was hat denn jetzt Talus mit dem Krieg zu tun? den Elfendrahtziehern des Kaiserreichs gefällt die Idee nicht, dass ein Mensch zu einem Gott wird daher haben sie die Anbetung von Talus verboten Himmelsrand bekommt nicht gern gesagt, was es tun und lassen soll und Talus zu vergessen da hätten sie uns auch befehlen können, unsere Ohren abzuschneiden alles klar alles klar, auch für dich aber also ihr seid sogar die Gläubigen hier sind ja wie soll ich sagen sind eben ganz im Ort ich falsche nicht wenn ihr einen niedrigeren Preis wollt dann geht woanders hin ich nehme einfach mein mein Amulett raus und dann passt das schon wer will sich in diesen Zeiten schon mit all den Soldaten herumschlagen kommt und seht euch mein Angebot aus also du zu badly as dog is wir haben wir danke, dass ihr hier einkauft haben wir noch gar nicht, aber alles gut ähm alle sagen Eol und Graumäne sind der beste Schmied in Himmelswand ich habe vor, die Einstellung einiger Leute zu ändern da muss man aber ganz schön loslegen äh wir können natürlich erstmal nach diesem Untoten also das hört sich natürlich schon wieder auch ganz interessant an wir finden wir finden den Idioten nicht äh den ich vorhin der mir vorhin auch verdächtig kam äh vorkam ähm ich gehe mal hier so ein bisschen rum mal gucken wir können auch nochmal runter zu den Argonien schnell hüpfen und einfach ähm den Bescheid geben dass sie jetzt mehr verdienen oh warte mal bist du das? ich war einer der besten Soldaten der Sturmmantelarmee ja dass man mir ein Schwert durch die Brust gerammt hat ok hätte ich nicht diese Kriegsverletzung würde ich jetzt gegen die Kaiserlichen kämpfen ja naja hier komm vielen Dank mögen die göttlichen euer gütiges Herz segnen auf Wiedersehen ja alles klar was haben wir hier noch ok wo bist du denn? die Arbeit auf dem Bauernhof ist hart Entspannung ist schön und gut aber ich muss mir dabei immer anhören wie meine Brüder sich über Ungerechtigkeiten aufregen ok was ist das hier? das hört sich natürlich auch wieder interessant an Sardis gebraucht war da sollten wir eigentlich reingehen naja dann machen wir das schnell hier findet eigentlich jeder etwas sagt Bescheid wenn ihr irgendwelche Fragen habt ja komm wir spielen erstmal die Waren sind alle rechtmäßig was ich von manch anderen nicht sagen kann ok woher stand die Waren ich habe diese Sammlung mit allen Mitteln zusammengekratzt ich mache Geschäfte mit den Handelskarawanen und einige Gegenstände habe ich von Abenteurern wie euch erhalten einige unerschrockene Seelen haben mir sogar Objekte aus Morwunskar die Festung südwestlich der Stadt gebracht ok äh nichts gestohlen wir waren ja schon mal kurz drin oder kann das sein dass ich mich richtig erinnere ja komm hier natürlich ist dir nichts gestohlen nur ein nachlässiger schändlicher hirnverbrannter Idiot würde so dumm sein Diebesgut zu kaufen bei Azura ich habe den schrecklichen Fehler begangen einen Goldring zu kaufen und Viola Giordano vermisst einen Ring der genau so aussieht ah das könnte das könnte natürlich so sein ja komm ich kann dir immer so einfach ist das nicht sie würde zum Jarl gehen wenn sie wüsste dass ich nur entfernt etwas damit zu tun hätte ihr müsst ihn ihr irgendwie anders zukommen lassen das ist gefährlich aber wenn ihr den Ring heimlich in ihr Haus bringt und vielleicht in eine Kommode legt werde ich es euch vergüten ok Viola Giordano ok müssen wir haben gucken lasst euch nicht von Viola in ihrem Haus erwischen dann muss sie tagsüber besucht werden lesen Wolfgreen was ist das denn Monomyth ich weiß können wir könnten wir das jetzt nehmen und der würde uns bring Viola heimlich diesen Ring zurück bevor wir beide geschnappt werden du bist ganz schön du bist ganz schön nervös oder so Argonia wir gucken mal das ist alles schon so ein bisschen ange angewuffelt ah guck mal hier können wir gerade mal schnell runter raus raus und runter äh zu den Argonien das finde ich erstmal gut ich überlege gerade meine Konzentration ist einfach weg ähm aber ich überlege gerade in unserem Mordfall ich hätte gerne mit Halbglatze geredet und warum könnte es was Neues geben einfach weil wir jetzt Chefinspektor sind hoffentlich nicht Klosot ähm also wir sind ja jetzt ernannt als ähm dass wir das jetzt untersuchen dürfen oh nein die sind weg oder alter okay ja haben wir gerade nicht geschafft Mist ja gut dann wieder zurück ähm dann können wir halt jetzt zur Halbglatze gehen ist halt jetzt wir können halt jetzt warten zwölf Stunden aber ich will jetzt auch nicht immer natürlich sagen immersive äh wir sollten immersive ähm sein wir können auch das äh das äh diesen komischen Trank da wegbringen das wäre auch noch eine schnelle Sache und wenn es jetzt Abend wird also im Grunde genommen möchte ich gerne Halbglatze in die Tasche gucken das ist im Grunde genommen das was ich gerne machen würde du bist einmal der den wir gerade schon gesponsert haben nur kurz gucken was hier drin ist Tempel of Talos jetzt gucken wir mal wir haben ja auch die Talos ähm diese Talos da hat er schon seit längerem offen können wir auch nochmal irgendwo an aber momentan finde ich es eigentlich das recht interessant ach ich habe mir mein Vermögen als Schiffskapitän erarbeitet aber jetzt bin ich im Ruhestand ach guck mal die Stadtbewohner nennen mich Kapitän weil ich früher ein Seemann war ja äh was kannst du denn hier machen was kann man denn hier machen was kann man Waren benötigt die gibt's auf dem Markt wollt ihr ein weiches Bett und eine warme Mahlzeit dann ist Hauskerzenschein was für euch was kann man was für ein Käpt'n seid denn nun eigentlich bin ich gar keiner zumindest jetzt nicht mehr die Leute nennen mich so wegen dem was ich früher gemacht habe ich bin viele Jahre lang zur See gefahren ich habe mir mein Geld als Händler verdient und mir dann ein eigenes Schiff gekauft als ich mich hier in Winterm zur Ruhe gesetzt habe kannten mich die meisten als Kapitän Einsamsturm und der Name ist dann hängen geblieben okay äh who are the prominences wo sind denn Celebrities in der Taverne ist ein Auto namens Adonato abgestiegen er hat einige historische Romane veröffentlicht ein Großteil des Goldes das in die Stadt gelangt landet im Säckel der Klane Schmetterschild und Grausam Meer und natürlich wäre da noch Ulfric Jarl und zukünftiger Großkönig oh und diese wichtigtuerische Viola Giordano sie steckt ihre Nase in jedermanns Angelegenheiten das ist wohl auch eine Art aufzufallen ja es wird hier über Nörder gesprochen anscheinend treibt sich hier in Windhelm ein Mörder herum meines Wissens nach hat er bisher drei Opfer gefordert doch vielleicht gibt es noch mehr die noch nicht gefunden worden sind und alles hübsche junge Fräulein hoffentlich erwischen die Wachen diesen wahnsinnigen Wald und machen ihn mit der Henkers Axt bekannt günstige Winde und ruhige Säge das ist ein alter Abschiedsgruß ich kann gar nicht glauben dass Isabella fort ist sie war so ein du bist der Einzige du bist der Einzige der über die in die Tür die Welt braucht Heldengeschichten mehr als je zuvor unser Großkönig auf euer Wohltring denn wir und das nicht zu wenig okay du bist der Koch ja seid auf der Hut der Schlechter könnte hinter jeder Ecke lauern komm lass mal kurz nachdem nachdem was diesen anderen Frauen zugestoßen ist fürchte ich um meine eigene Sicherheit seid vorsichtig dieser Mörder könnte überall wir können dir auch direkt das geben krass dann würde das dann würde der der Grau der Elfe aber richtig ihr seid ein bisschen eintönig du gehörst trotzdem zu den wir haben nicht sehr viel mehr erfahren das dann glaube ich ist mit dem Fläschchen tot mit 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 Exxon crime scene oh das haben wir noch nicht okay krass get assistance on your life Exxon crime scene ich habe nicht richtig okay bleib weg von der Aretino Residenz dieser Ort ist verflucht ein schönes warmes Bett wäre jetzt nicht verkehrt hier passt doch auf euch auf oder aber aber hallo nein also gut was muss man hier erst your life ansprechen damit das funktioniert dass man das untersuchen kann wir haben doch wir hätten hätten wir den nochmal ansprechen oder was schön wir machen ein kleines bisschen überlegen gibt uns keine klare antwort er ist ein echter er wird es schon überlegen wenn ihr nachrichten von den westlichen fürstentümern habt dann geht damit sofort zu Ulfric möget er sich erreißen es ist gefährlich da draußen ist talk to her get assistance from your life ist der gegen wir haben irgendwas jetzt nicht ausgelöst aus irgendeinem grund mist ich kann auch erst mal pen und das sieht am anderen tag viel besser aus eigentlich müssten wir sozusagen jemanden finden der so ein geschwungenes ding hat und ich meine du bist die frau vom pferde links bums aber wir haben glaube ich da schon das pferd gekauft ja wir haben warmes essen warme getränke und warme betten ich meine es ist alles gut wenn ihr lust auf einen kleinen bissen habt hätte ich frisch gebackenes brot natürlich für heute gehört das zimmer wir erholen uns manchen alles gut so wo ist es denn also welches dieser wunderschönen ziel das hier oder schlaf im bett das hier ich möchte die musik lasst mich wissen wenn ihr sonst noch etwas braucht nö alles gut scheint scheint ja alles beisammen zu sein bisschen kleines bett ne sind wir so enge jetzt hat sie natürlich aufgehört sag mal müsst ihr euch in meinem zu unterhalten naja ne das hat mit etwas anderem zu tun dass der drache da war ok ja jetzt wird es aber Zeit mal rauszugehen ja wir pennen jetzt mal 18 und dann können wir nämlich gucken dass wir morgen die Argoni jetzt erwischen und dann gehen wir also nochmal die Crime-Scene untersuchen äh während der Sache schiffskapitän aber oh ich hätte mal auf die Uhr gucken sollen wir machen mal folgende mal ihr habt mir zugeguckt wie ich gepennt habe was seid denn ihr für komische Charakter ja ja das Aber du hast auch sehr viel mit Ausguck zu tun und mit Spionieren, wa? Naja, ist egal. Wir machen jetzt erstmal einen kleinen Augenblick, eine Pause. Lass mich jetzt kurz mal bitte reden. Vielen, vielen Dank für das Dabeisein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen, vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Mein Gott, sind die laut.